kein heißes gestell bist du dir sicher johnny also ich weiß ja nicht ich kenne ja eure vorlieben nicht aber wer auf droiden steht das ist schon ganz heißes teil mit diesem silber und dem ja guckt euch diesen metall arsch an oh mein gott ist das geil ich glaube ich muss eben an den stream pausieren bringt ihr bringt mich wieder auf ideen